Es ist der 6. Februar, 4.17 Uhr in der Früh, als das dort bisher stärkste Erdbeben die Region zwischen der Türkei und Syrien trifft. Mit einem Wert von 7,8 auf der Richterskala sterben insgesamt mehr als 50.000 Menschen. Viele weitere werden verletzt und verlieren ihre Lebensgrundlage. Genauer betrachtet ist dieses Erdbeben ein Tropfen, der das bereits volle Fass zum Überlaufen bringt. Heute wollen wir uns tiefergehend mit der Lage in Syrien beschäftigen. Und betrachten die Situation der von dort Flüchtenden genauer. Und damit willkommen zu einer neuen Ausgabe von... In Syrien herrscht seit März 2011 Bürgerkrieg. Seit über einem Jahrzehnt wüten dort Kämpfe verschiedener Gruppierungen um die Führung des Landes. Beteiligt sind die Freie Syrische Armee, das Assad-Regime und die Terrorgruppe IS. Noch heute stehen militärische Auseinandersetzungen auf der Tagesordnung, unter denen vor allem die Zivilbevölkerung leidet. Zu den Kriegsfolgen kommt das Erdbeben hinzu. Die dadurch beschädigte Infrastruktur wirkt sich negativ auf die Hygienezustände aus. Vielerorts ist das Wasser verschmutzt oder der Zugang zu Trinkwasser gefährdet. Hinzu kommen kritische Zustände in den Notunterkünften. In diesen müssen knapp 5,3 Millionen Betroffene unterkommen. Ganz egal, ob krank, alt oder schwanger. Die Notunterkünfte sind hoffnungslos überfüllt. Für viele dieser Geflüchteten ist ein Asylantrag im Ausland die mittlerweile letzte Möglichkeit, um der andauernden Unsicherheit und Armut zu entkommen. Ist diese Entscheidung getroffen, stehen sie dann aber direkt vor der nächsten Herausforderung. Denn Asylanträge und Visaprozesse sind selbst unter den besten Voraussetzungen kompliziert und kostspielig. Nehmen wir eine Familie aus Syrien als Beispiel, die zu einem Familienmitglied nach Deutschland flüchtet. Die Familie muss zunächst zu einer deutschen Botschaft, um ein Visum zu beantragen. Da die deutsche Botschaft in Syrien seit 2012 geschlossen ist, müssen sie das Erdbebengebiet verlassen, um überhaupt ein Visum beantragen zu können. Die nächstgelegene Botschaft, auf die das Auswärtige Amt verweist, liegt in Beirut. Diese ist über 350 Kilometer entfernt. Eine schwierige Hürde, denn die Infrastruktur vor Ort ist weitgehend zerstört und eine Reise dauert. Außerdem können für diese Strecke noch Reisekosten in Höhe von mehreren hundert Euro anfallen. Bewältigt die Familie den Weg zur Botschaft, brauchen sie nun einen Termin. Und auch das fordert Zeit. Fehlen den Familien jetzt noch Reisepässe, die durch die Katastrophe abhandengekommen sind, müssen diese erneut beantragt werden. Und auch das fordert neben der Geduld der Geflüchteten einen Berg an Dokumenten. Ganz ehrlich? Uns fällt es schwer, hier noch mitzukommen. Wie ergeht es denn da erst Familien in Not? Sollten sich die deutschen Behörden nicht vielmehr um einen unbürokratischeren Weg aus der Not bemühen? Insbesondere zwei Aspekte würden das Verfahren für die Betroffenen angenehmer gestalten. Mehr Transparenz und die Einbindung digitaler Optionen bei der Antragstellung. Denn Antragstellende plagt während des Visa-Prozesses meist eine lange Zeit der Ungewissheit. Indem offen kommuniziert wird, können Flüchtende ihre Chancen besser einschätzen und mehr Planungssicherheit gewinnen. Wir fragen uns, ob die aufwendigen, teuren und zeitintensiven Visa-Verfahren überhaupt zumutbar sind. Und vielleicht zu bürokratisch? Wir finden es gut, dass an der Digitalisierung gearbeitet wird, erhoffen uns aber weiteren Fortschritt mit Blick auf eine transparentere Kommunikation der Visa-Bedingungen, die digitale Erweiterung der Antragsprozesse und einen aktiven Diskurs in Medien und Politik. Was ist eure Meinung zu diesem Thema? Und wie stellt ihr euch ein weniger bürokratisches Visa-Verfahren vor? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.